Applaus 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 Und ein paar Tröte, da ist es Und ich kann nicht sagen, was schön du Blödsinn und sag das Wer am Sehen du Hör dir das an Für du bereit und Bliebst du und gib mir deine Hand 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 Für so heimwehulige Geschichten Und Anekdoten mit Opa verliert sein Gebet Lange viel wäre das ja mal bloß sowas Das ist aber, das ist nicht Platz, Platz Mit Platz kannst du eins morgen Und mit Platz kannst du auch Den Blues kriegen Anekdoten mit Anekdoten mit Anekdoten mit Mit Shampoos und Liedern Mit Shampoos und Liedern zu treu Anekdoten mit 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 Ich kann auch nichts sagen, aber es läuft, da sind wir. Da ist was, da ist was. Weg gegen den Blues. Da hört am besten die Lächte und das Dampfen. Und wie habt ihr erlebt? Da habt ihr beide Sorgen, das ist die Lächte und das Dampfen. Und dafür gibt es da nicht so viele Töne. Ich kann es mal sagen. Bist du so gut? Ja, kannst du so sehen? Du arbeitest doch bei der Posthochschule, da kannst du mal einen Kurs mucken. So, äh, tönt mal, äh, wo gönnt das noch? Äh? Guck, der und Oberfranken, der kann halt auch alles. Ich sag, ein, zwei, oh, jetzt so sabi. Na, ein, zwei, ein, zwei, drei. Du arbeitest doch bei der Post. Ja, das ist das Schaden. Jungs, du arbeitest doch. Nein, zwei, drei. Du arbeitest doch bei der Post. Das ist das Schaden. Alles Environmental-Arbeitest doch. Das ist das Schaden. Das war's. Nein, zwei, zwei, drei. Da war's. Ich war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.